Dem Tagesordnungspunkt 12 der Beratung des Antrags der Fraktion der CDU-CSU mit dem Titel Kollaps der Ziviljustiz verhindern, wirksame Regelungen zur Bewältigung von Massenverfahren schaffen. Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten vorgesehen. Und ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, ihre Plätze einzunehmen, sodass wir zügig auch weiter fortfahren können. Und ich eröffne die Aussprache und ich erteile das Wort für den Bundesrat dem Staatsminister aus Hessen, Herrn Dr. Roman Posig. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Massenverfahren sind ein ernsthaftes Problem für unsere Ziviljustiz. Kammern bei den Landgerichten, Senate bei den Oberlandesgerichten sind zuletzt mit diesen Verfahren überflutet worden. Dabei geht es vor allen Dingen um eine große Zahl von Dieselverfahren. Die Folge davon ist, dass Richterinnen und Richter überlastet sind und dass Bürgerinnen und Bürger länger auf ihr Recht warten müssen. Das dürfen wir nicht hinnehmen. Die Politik ist hier zum Handeln aufgerufen. Und das betrifft die Politik in den Ländern genauso wie die Bundespolitik. Die Hilferufe aus der Praxis sind laut. Ich selbst war vor meiner Tätigkeit als Justizminister in Hessen Präsident des Frankfurter Oberlandesgerichts. Und ich habe schon vor zwei Jahren an einer Resolution der Präsidentinnen und Präsidenten der obersten deutschen Zivilgerichte mitgewirkt, die die Dringlichkeit dieses Themas deutlich gemacht hat. Der Richterbund hat sich sehr klar positioniert. Vor kurzem ist eine Studie oder eine Umfrage veröffentlicht worden, nach der 87 Prozent der Richterinnen und Richter in Deutschland an dieser Stelle dringenden Handlungsbedarf sehen. Diese Rufe aus der Praxis dürfen wir nicht überhören. Die Praxis weiß, wo der Schuh drückt. Und die Praxis weiß auch, wie man diese Probleme lösen kann. Hessen hat schon im vergangenen September eine Bundesratsinitiative zur besseren Bewältigung von Massenverfahren gestartet. Diese Bundesratsinitiative hat ein einstimmiges Votum im Bundesrat erfahren. Ich glaube, das macht auch deutlich, wie dringlich das Thema ist. Und es macht auch deutlich, dass es Lösungsvorschläge gibt, die nämlich auch Teil dieser Bundesratsinitiative gewesen sind. Doch was ist seitdem passiert? Wenig oder nichts. Wir kennen jedenfalls keine Vorschläge der Bundesregierung zu diesem Thema. Ich bin deshalb der CDU-CSU-Bundestagsfraktion ausgesprochen dankbar dafür, dass sie dieses Thema hier auf die Tagesordnung gesetzt hat und dass sie ganz konkrete Vorschläge unterbreitet hat, wie man einen Kollaps der Ziviljustiz verhindern kann und wie man Massenverfahren effektiver bewältigen kann. Ich will drei dieser Vorschläge exemplarisch herausheben, weil ich sie für besonders zielführend halte. Dabei geht es zunächst darum, dass ein Vorabentscheidungsverfahren zum Bundesgerichtshof geschaffen wird, damit es schneller, damit es frühzeitiger Leitentscheidungen unseres höchsten Gerichtes gibt, an denen sich die Praxis orientieren kann. Darüber hinaus geht es darum, dass Gerichte, insbesondere höhere Gerichte, das Verfahren auch dann fortführen müssen, wenn ihm die Grundlage entzogen wird. Das war nämlich bei diesen Dieselverfahren in sehr, sehr vielen Fällen so gewesen, damit es eben auch zu diesen grundsätzlichen Entscheidungen kommen kann und die nicht immer wieder auf die lange Bank geschoben werden. Ein weiteres wichtiges Thema ist die Strukturierung des Parteivortrages. Die Richterinnen und Richter in der Praxis leiden darunter, dass sie bei diesen Komplexen riesige Schriftsätze bekommen, die häufig mit künstlicher Intelligenz erstellt sind. Nur mit großer Mühe kann die Richterin, kann der Richter überhaupt sehen, was individuell für dieses Verfahren relevant ist. Und deshalb ist es wichtig, dass wir der Praxis die Möglichkeit geben, Vorgaben zu machen, Vorgaben zur Strukturierung und Vorgaben zur Begrenzung des Vortrages. Die Länder tun, was sie können. Wir stärken die Justiz. Wir schaffen zusätzliches Personal. In Hessen 500 Stellen. Andere Bundesländer gehen ähnlich vor. Wir stoßen aber an Grenzen. Wir können unser Personal nur einmal einsetzen. Und wir haben umfassende Anforderungen in der Justiz. Wir müssen auch umfangreiche und eilbedürftige Strafverfahren bewältigen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir zu einem angemessenen Ressourceneinsatz zurückkehren, dass wir Effizienz in der Justiz gewährleisten und eine bessere Bewältigung der Massenverfahren ermöglichen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Justizpolitik von Bund und Ländern sollte Hand in Hand gehen. Wir haben ein gemeinsames Interesse an einem starken und an einem funktionsfähigen Rechtsstaat. Und deshalb mein Appell an den Bundesgesetzgeber, greifen Sie die Vorschläge auf, die auf dem Tisch liegen. Der Ziviljustiz würden Sie damit großen Nutzen erweisen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und für die SPD-Fraktion hat das Wort der Kollege Majid Karametoglu. Das ist nicht ganz einfach. Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und Herren! Ich freue mich ganz besonders, dass hier Besucherinnen und Besucher aus meinem Wahlkreis Ludwigsburg hier sind. Herzlich willkommen! Eines muss man den Fraktionen der CDU und der CDU so lassen. Es gibt noch Themen, bei denen Sie auf der Höhe der Zeit sind. In diesem Fall haben Sie einen Antrag vorgelegt, der ein bekanntes und wirklich akutes Problem korrekt benennt. Allerdings ist Ihnen offensichtlich entgangen, und das muss ich auch in Richtung Dr. Posig sagen, dass wir bereits an diesem Problem arbeiten. Der Austausch der Ampelfraktionen mit dem BMJ zu diesem Thema läuft, und das Ministerium wird auch bald etwas dazu vorlegen, meine Damen und Herren, werte Kolleginnen und Kollegen. Wir alle, Dr. Krings, wir alle sind uns darüber einig, und das gilt auch für Dr. Poseck, dass die Justiz unseres Landes stark belastet ist und von arbeitsaufwändigen Verfahren, in denen Tausende Einzelklägerinnen und Klägern vergleichbare Interessen gelten machen. Diesel, Kündigung von Bausparverträgen, Fluggastrechte, die Liste ließe sich fortsetzen. Der Antrag greift auch einige bekannte und dennoch interessante Ideen auf. Sie haben es auch schon genannt, Dr. Poseck, zum Beispiel, dass es durchaus sinnvoll sein kann, wenn höchstrichterliche Entscheidungen in solchen Masseverfahren getroffen werden. Das war es dann aber auch schon mit meinem Lob. Denn auch dieser Antrag hat offensichtliche Mängel, die einer Zustimmung im Wege stehen. Zwei Beispiele dazu. Zwei Beispiele, Sie müssen zuhören. Sie, werte Kolleginnen und Kollegen von der Union, sprechen zwar von Maschenverfahren, aber es fehlt im Antrag an jeder brauchbaren Definition. Sprechen wir von zehn ähnlichen Klagen, von 100 oder von 1.000? Man weiß es nicht, denn Sie wissen es offensichtlich auch nicht. Zweites Beispiel, Ihre Forderung, § 139 der Zivilprozessordnung, um eine Regelung zu ergänzen, die es dem Gericht erlaubt, anwaltlich vertretenen Parteien aufzugeben, ihren Vortrag in einer bestimmten Weise zu strukturieren und dem Umfang nach zu begrenzen. Bereits heute können Gerichte nach § 139 ZBO durch Maßnahmen der Prozessleitung das Verfahren strukturieren und den Streitstoff abschichten. Es können umfangreiche Auflagenbeschlüsse ergehen, wonach die Parteien zu bestimmten Fragen Stellung nehmen müssen. Ein noch weitergehender Eingriff in die Arbeitsweise von Rechtsanwälterinnen und Rechtsanwälten ist weder geboten noch notwendig. Mir persönlich, obwohl ich Rechtsanwalt bin, wäre das verhältnismäßig egal. Ich stehe kaum noch vor Gericht. Aber das hört man wirklich aus jeder Himmelsrichtung. Ein solcher Eingriff würde in der Anwaltschaft massiven Widerstand auslösen, was das Klima in der Rechtspflege ohne Not vergiften würde, meine Damen und Herren, werte Kolleginnen und Kollegen. Dass wir einem solchen Antrag nicht zustimmen können, ist nicht weiter schlimm. Denn, wie gesagt, wir arbeiten bereits an Lösungen. Zur Unterstützung der Länder hatten wir den erfolgreichen Pakt für den Rechtsstaat mit etwa 220 Millionen Euro, den wir im Idealfall, so haben wir es auch im Koalitionsvertrag angedacht, verstetigen wollen. Er soll nun ergänzt werden um einen Digitalpakt für die Justiz, mit dem in den kommenden Jahren noch einmal eine vergleichbare Summe investiert werden könnte. Denn genau das braucht die Justiz jetzt. Moderne, digitale Ansätze, um der Papierflut solcher Verfahren, aber auch der Legal-Tech-basierten Infrastruktur von Rechtsdienstleistern etwas entgegensetzen zu können. In Baden-Württemberg, meinem Heimatbundesland, gibt es ein Vorzeigeprojekt am Oberlandesgericht Stuttgart. Hier sind allein vier Senate mit der Bearbeitung von Berufungsverfahren im Rahmen des Abgasskandals beschäftigt. Dr. Roman Prosek hatte das Problem mit dem Dieselverfahren auch schon genannt. Seit Kurzem wird hier in Form einer Prototyp-Software künstliche Intelligenz eingesetzt, um den Schriftsätzen Herr zu werden. Die ersten Erfahrungsberichte sind vielversprechend. Insbesondere was die Kategorisierung und die Identifikation bestimmter Parameter angeht, kann ein solches Verfahren vieles deutlich beschleunigen. Nächster Punkt in Sachen Digitalisierung. Wir arbeiten daran, Videokonferenztechnik in der Zivilgerichtsbarkeit und den Fachgerichtsbarkeiten zu fördern. Der Beratungsprozess zur Gesetzgebung leuchtet. Am Ende werden wir feststellen können, Verfahren werden dadurch schneller, kostengünstiger und ressourcenschonender. Und es geht weiter. Im Koalitionsvertrag hat sich unsere Koalition darauf geeinigt, eine gerichtliche Durchsetzung von Kleinforderungen in bürgerfreundlichen und einfachen digitalen Verfahren zu ermöglichen. Nun befinden wir uns aktuell in den letzten Zügen einer Phase des Projekts Erprobung eines zivilgerichtlichen Onlines-Verfahrens, der Digital Service GmbH. Wir werden zeitnah Projektpartner in der Justiz benennen, die die Projekte fachlich unterstützen und die neuen Verfahren an Pilotgerichten praktisch erproben. Ich möchte noch auf einen letzten Punkt eingehen. Auch mit der Umsetzung der Verbandsklagerichtlinie werden wir große Verbesserungen und Effizienz für die Bewältigung solcher Massenverfahren bewirken. Von einem drohenden Kollab Dr. Possek wird dann ganz sicher nicht mehr die Rede sein. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und für die AfD-Fraktion hat das Wort Stefan Brandner. Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Die Entlastung der Ziviljustiz, den Kollaps in der Ziviljustiz verhindern, ist so ein guter Ansatz, einen solchen Antrag hier einzubringen. Aber das Vorgehen, das Sie hier an den Tag legen, erinnert so ein bisschen an den Antrag heute Mittag, als Sie plötzlich entdeckten, dass die Migrationspolitik in Deutschland nicht mehr ganz so hinhaut. Also jeden Antrag, den Sie eigentlich rückwärtsbezogen stellen, wo Sie irgendwas kritisieren oder irgendwas fordern, was Sie in den letzten 16 Jahren der gruseligen Merkel-Ära hätten ändern können, jeder dieser Anträge ist eigentlich ein politischer Tritt in den politischen Allerwertesten von Angela Merkel. Und genauso verhält sich das bei diesem Antrag hier auch, wo Sie mit Krokodilstränen die Überlastung der Justiz beweinen. Beim Lesen des Antrags fällt dem Insider zunächst mal auf, dass einige Formulierungen und die Wortwahl nicht unbekannt sind. Und wenn man dann die Materie in die Materie weiter vordringt, merkt man, Mensch, das habe ich doch im Mai 2022 schon mal so ähnlich gelesen, in einer Initiativstellungnahme des Deutschen Richterbundes zur Bewältigung von Massenverfahren. Interessant in dem Zusammenhang, dass diese Initiativstellungnahme des Deutschen Richterbundes an gar keiner Stelle Ihres sehr flachen Antrags gerade mal zwei Seiten auftaucht. Also ein klassisches Plagiat. Sie schmücken sich da mit den Federn des Deutschen Richterbundes. Aber mit Plagiaten kennen Sie sich ja gut aus. Herr Guttenberg, Frau Schawan, Herr Laschet, Herr Scheuer, Herr Huber und wie Sie alle hießen, kennen sich damit gut aus, die Plagiaten. Und jetzt machen Sie die Plagiate nicht nur bei Promotionsarbeiten, sondern auch noch hier im Deutschen Bundes. Doch, das ist durchschaubar. Jetzt könnte man mein Gut besser gut abgeschrieben als schlecht selbst gemacht. Aber auch da scheitern Sie. Sie machen aus den guten Vorschlägen des Deutschen Richterbundes ein Sammelsurium von wohlfeilen Forderungen, die problemlos, wie gesagt, in den letzten 16 Jahren hätten umgesetzt und erfüllt werden können. Und wenn man dann in den Antrag auf Seite 2 noch mal hineinschaut, da findet man dann so Sachen wie künstliche Intelligenz müsste mehr gefördert werden in der Justiz. Ich hätte mir hier bei diesem Antrag mehr natürliche Intelligenz von Ihnen gewünscht. Denn da wäre der Antrag hier gar nicht aufgetaucht. Sie wollen den prozessualen Vortrag der Anwaltschaft erschweren. Auch das ergab eine Umfrage. Ich glaube, zwei Drittel der Anwälte sind dagegen, das so zu machen. Sie beschneiden hier. Sie wollen prozessuale Rechte beschneiden. Sie wollen Sondergerichte, wie haben Sie es genannt, Hilfsspruchkörper einrichten. Das erinnert nicht gerade an einen Rechtsstaat, wie ihn ich mir wünsche. Dann wollen Sie nebenbei noch die Rechtsanwaltsgebühren kürzen. Also, was Sie hier zusammengeschrieben haben, passt auf keine Kuhhaut und sollte auch auf keine Drucksache im Deutschen Bundestag passen. Richtermangel. Sie beklagen den Richtermangel in Deutschland. Der ist richtig. Den Richtermangel gibt es. Es gibt großen Mangel überhaupt an qualifizierten Personal überall, natürlich auch in der Justiz. Aber wenn wir uns gerade über den Richtermangel unterhalten, schauen wir doch mal, wer ist denn für die Richtereinstellungen ganz, ganz überwiegend zuständig in Deutschland. Mal abgesehen von den paar Bundesrichtern, die wir haben, das sind natürlich die Länder, die dafür zuständig sind. Sie machen ja auch einen Antrag zulasten Dritter, also einen Antrag zulasten der Länder. Und dann muss man natürlich noch wissen, dass Sie, ich habe es gerade mal gegoogelt, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber Sie regieren zurzeit in acht Bundesländern mit, oder? In acht Ländern regieren Sie mit. Wenn wir Thüringen dazurechnen, wo die CDU noch die kommunistische Regierung unter Bodo Ramelow unterstützt, regieren Sie sogar in neun Bundesländern mit. Sie hätten also alle Freiheiten der Welt, den Richtermangel auch heute noch abzustellen. Da brauche ich gar nicht in die Vergangenheit auf Frau Merkel zu gucken. Das können Sie auch heute. Sofort rufen Sie Ihre Minister in den Ländern an. Einer ist ja hier, der macht das vielleicht ab morgen dann, nachdem er gehört hat, er ist zuständig, er kann Richter einstellen, macht das ab morgen dann selber, und dann löst sich die ganze Sache. Konsequenz dieser Geschichte, es gibt den Spruch, nein, ich wandle ihn mal ein bisschen ab, wenn es nicht notwendig ist, einen Antrag zu machen, liebe CDU, dann ist es notwendig, keinen Antrag zu machen, liebe CDU, genauso hätten Sie hier verfahren sollen. Da hätten wir uns diese halbe, drei, vier Stunden sparen können. Vielen Dank. Und für Bündnis 90 Die Grünen hat das Wort Dr. Till Steffen. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Du raffst meine Welt nicht, und trotzdem dringst du in sie ein. Du bringst mir nichts als Probleme und willst ein Teil von mir sein. Das ist ein Zitat natürlich im Original doppelt so schnell aus dem Lied und nur mir von Moses Pelham und Sabrina Settler. Und das passt in dreierlei Hinsicht erstens inhaltlich zu den naseweisen Ausführungen von Seiten der AfD, wie wir sie ja hier regelmäßig hören. Aber es passt natürlich auch, weil dieser Fall ja Rechtsgeschichte geschrieben hat. Dieses Lied ging ja bis zum Europäischen Gerichtshof. Und da ging es um die Frage, ob das ein zulässiges Sampling ist. Und es passt halt insoweit, weil Plagiat würde ich nicht sagen, was die Union hier betrieben hat. Aber es ist eben ein Sampling von dem, was der Deutsche Richterbund vorgelegt hat, auch wenn jetzt die Schöpfungshöhe nicht ganz so hoch war. Aber gleichwohl kann man das hier an der Stelle sagen. Also es war ja ein Sampling zu dem Lied von Kraftwerk gewesen. Und Kraftwerk, das ist die Band mit dem Lieblingslied von Volker Wissing. Kennen Sie vielleicht ja? Fahren, fahren, fahren auf der Autobahn. Und das ist deswegen auch noch besonders passend. Das ist dann der dritte Grund. Deswegen besonders passend, weil ja Moses Pelham in Wahrheit als Musiker bekannt geworden ist, aber als Rechtsanwalt reich. Und zwar mit Massenverfahren. Er hat ja diese Abmahnverfahren, File-Sharing populär gemacht und auch wirklich ein sehr gutes Geschäftsmodell daraus gemacht für sich. Und das haben dann andere auch entsprechend kopiert. Und das hat ja die Gerichte seinerzeit sehr, sehr belastet. Und ich erinnere tatsächlich das als einen der ersten Fälle. Ich war damals in einer ähnlichen Rolle wie Herr Posek jetzt. Und wie wir uns gefragt haben, wie sollen die Gerichte, denen denn Herr werden, wenn so viele Verfahren auf sie einprasseln? Da hat sich mittlerweile die Technik geändert, zu Lasten der Musikerinnen und Musiker. Aber das ist deswegen kein Thema mehr. Aber wir haben natürlich andere Fälle von Massenverfahren, die uns beschäftigen und die natürlich ein Thema sind. Insoweit total in Ordnung, das hier zum Gegenstand eines Antrags zu machen. Wir haben ja die Situation, und da bin ich dann tatsächlich aber im Dissens zu Ihrer Grundlage, wir haben ja die Situation, dass in der Tat Legal-Tech-Anwendungen auch für viele Verfahren bei Gericht sorgen können. Also das wichtigste Beispiel ist ja in der Tat die Fluggastrechte. Und da sagen Sie ja, das ist ein Problem. Ich finde, nein, das ist kein Problem, sondern es ist gut, dass hier ein Zugang zum Recht geschaffen wird in einem Bereich, wo Bürgerinnen und Bürger bis dato ihre Rechte nicht effektiv wahrnehmen konnten, mit der Konsequenz, dass Fluggesellschaften quasi die Rechte von Fluggästen konsequent ignorieren konnten. Das ist nicht mehr der Fall. Und das ist auch gut so, dass das Recht mehr Beachtung findet. Darauf muss sich natürlich die Justiz einstellen. Und das ist ja auch gesagt worden, Herr Kara Ahmedoglu hat es ja auch hier erwähnt, dass wir in der Tat darauf reagieren müssen seitens der Gerichte. Ich weiß nicht, ob das schon künstliche Intelligenz ist, was jetzt zur Anwendung kommt. Aber in der Tat Verfahren, die Richterinnen und Richtern ermöglichen, auf elektronischem Wege Schriftsätze zu analysieren, das ist das, was sie brauchen. Das müssen natürlich erst mal die Dienstherren, die Länder entsprechend zur Verfügung stellen. Aber da kommen wir in der Tat zu dem Thema, was wir beim Pakt für den Rechtsstaat haben. Warum muss etwas in 16 Bundesländern einzeln erfunden werden, was man auch einheitlich voranbringen könnte? Und deswegen ist das auch ein weiterer Beleg dafür, dass das Engagement des Bundes hier höher sein müsste. Meiner Überzeugung nach, ich habe es oft genug hier vorgetragen. Und jetzt haben wir ja tatsächlich die Situation, Sie haben diesen Antrag vorgelegt. Ich glaube, dass man über viele Punkte auch reden kann. Aber ich glaube, man muss über manche Punkte auch sehr kritisch nachdenken. Denn wenn man sich das jetzt anschaut, dieses Beispiel, was ja genannt wurde, auch von Herrn Poseck schon, dass es die Möglichkeit geben soll, dass Parteien gezwungen werden, einen Rechtsstreit fortzusetzen, obwohl sie bereit sind, sich vergleichsweise zu einigen, ist natürlich ein ganz massiver Eingriff in einen Grundsatz des Zivilprozesses. Im Zivilprozess geht ja nichts über die Parteimaxime, also die Parteien des Rechtsstreits, die entscheiden. Es entscheidet nicht der Richter. Es entscheidet nicht der Staat. Es gibt kein öffentliches Interesse. Und das wollen Sie aber hier einführen. Sie wollen sagen, im Interesse der geordneten Rechtspflege oder wie auch immer soll es möglich sein, Parteien zu zwingen, obwohl Sie sagen, hier könnten wir uns prima einigen auf einen Vergleich, diesen Rechtsstreit fortzusetzen. Und das ist natürlich eine Sache, die man sehr sorgfältig abwägen muss, weswegen ich das Vorgehen, was wir in der Koalition hier gewählt haben. Es ist ja dargestellt worden eben. Deswegen finde ich das sehr vernünftig. Und es ist eben nicht eins zu eins alles sinnvoll. Und ein Bereich ist auch genannt worden, wo wir ja auch Massenverfahren erlebt haben. Das waren die Dieselklagen. Ja, weil die Autohersteller, allen voran VW und Audi besonders deutlich, aber andere auch, tatsächlich massenhaft Motoren eingebaut haben, die nicht die Eigenschaften aufgewiesen haben, die verkauft wurden. Das heißt, die Kundinnen und Kunden wurden betrogen und sagen zu Recht, auch hier wieder, zu Recht sagen sie, das kann doch nicht sein, dass VW damit durchkommt. Und deswegen geht es auch hier um einen effektiven Zugang zum Recht. Und da haben wir gesagt, ja, die Musterfeststellungsklage, die soll da irgendwie helfen. Wir haben festgestellt, tut sie nicht. Sie bringt nicht die Entlastung für die Justiz und sie bringt auch nicht die Durchsetzung der Rechte der Verbraucherinnen und Verbraucher. Und deswegen ist es so entscheidend, dass bei der Verbandsklage, die wir jetzt ja gerade diskutieren, dass es eine Klage ist, die für Verbraucherinnen und Verbraucher attraktiv ist, ein attraktiver Weg, ihre Rechte durchzusetzen, damit sie nicht leer ausgehen. Und deswegen ist es richtig, dass wir momentan so engagiert diesen Streit an der Stelle führen und sagen, es muss interessant sein, für Verbraucherinnen und Verbraucher von diesem Instrument Gebrauch zu machen. Und ja, wir wollen, dass das Recht die Rechte der Verbraucherinnen und Verbraucher sichert und hier einen Zugang zum Recht schafft, und das dann natürlich in effizienter Weise. Das wäre ein Beitrag zur Entlastung der Justiz. Vielen Dank. Und für die Fraktion Die Linke hat das Wort Klara Bünger. Sehr geehrte Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit Ihrem Antrag greift die Union ein altbekanntes Problem auf. Und da stimmen wir Ihnen auch in der Tat zu. Die Justiz in Deutschland ist überlastet. Zivil- und Arbeitsgerichte, aber auch Strafgerichte sind besonders betroffen. Die Bearbeitung zivilgerichtlicher Massenverfahren, vor allem Klagen wegen Wirecard und des Dieselskandals, stellen derzeit die Beschäftigten in den Gerichten vor große Herausforderungen. Es wäre gut, wenn Sie zuhören würden, Herr Steffen. Ich habe auch gute Anmerkungen. Wir sind uns mit der Union zumindest darüber einig, dass dringend Handlungsbedarf besteht. Aber die teilweise einseitige Antworten auf das Problem teilen wir eindeutig nicht. Stattdessen fordern wir seit Jahren eine bessere Ausstattung der Justiz. Statt dieses Kaputschbarn braucht es genug Mitarbeiterinnen, ein guter Rechtsstaat braucht gutes und ausreichendes Personal. Die Arbeitsfähigkeit der Gerichte muss sichergestellt werden, damit Rechtsschutzsuchende das Vertrauen in die Funktionsfähigkeit der Justiz nicht verlieren. Das sollte ein Interesse aller dieser hier in diesem Parlament sein. Die von der CDU vorgebrachten Vorschläge können wir aber nicht wirklich mittragen. Den Eingriff etwa in das Gebührenrecht der Anwaltschaft lehnen wir kategorisch ab. Statt am Zivilprozess herumzuschrauben und Verfahrensrechte beziehungsweise Prozessrechte zu beschränken, sollte wie gesagt in erster Linie das Personal aufgestockt werden. Das ist aus unserer Sicht nämlich ein entscheidender und erster und wichtiger Schritt. Die Möglichkeit etwa, und da wird es jetzt auch kritisch, auch ohne Zustimmung der Parteien im schriftlichen Verfahren zu entscheiden, wie die CDU es in ihrem Antrag fordert, halten wir für sehr bedenklich. Auch wenn Prozesskosten gespart werden und die Ressourcen der Instanzgerichte geschont werden können, kann dies nicht auf Kosten der Rechtsschutzsuchenden passieren. Ihnen wird damit nämlich die Möglichkeit des mündlichen Vorbringens verwehrt. Herr Steffens hat gesagt, das ist die Maxime im Zivilprozess. Diese darf auf keinen Fall aufgegeben werden. Das ist auch einer der Gründe, weshalb wir Ihren Antrag ablehnen müssen. Unklar ist zudem, was unter Hilfsspruchskörper bei Ihnen zu verstehen ist. Welche Voraussetzungen knüpfen Sie an diesen Spruchkörper? Und wie es ebenfalls schon gesagt wurde von Herrn Karachmetoglu, was bedeutet bei Ihnen Massenverfahren? Ein beachtliches Problem ist außerdem der immer mehr zu verzeichnende fehlende Nachwuchs in der Justiz. Es müssen dringend Anreize geschaffen werden, und das sage ich auch in Richtung der Ampel, damit angehende Juristen in den öffentlichen Dienst statt in die freie Wirtschaft gehen. Sprich, bessere Bezahlung und gute Arbeitsbedingungen. Davon hat die AfD keine Ahnung. Eine Person, also wer dauerhaft mit Akten überschüttet wird, der ist doch nicht motiviert, sein Amt wirklich auszuüben. Deshalb, sagen wir, müssen auf jeden Fall die Arbeitsbedingungen verbessert werden. Wir achten es aber dennoch für sinnvoll, und da stimmen wir der CDU zu, dass ein Einsatz künstlicher Intelligenz, da stimmen wir jedenfalls zu, die Digitalisierung bietet ein erhebliches Potenzial der Justiz, die Bearbeitung von Massenverfahren zu erleichtern. Dann kommen Sie bitte zum Schluss. Und das wäre auch mein Abschluss. Vielen Dank. Und für die FDP-Fraktion hat das Wort Katrin Helling-Plahr. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Dass wir heute über den Umgang mit zivilrechtlichen Massenverfahren debattieren, ist berechtigt. Denn viele Klagen binden viele Ressourcen. Dieselklagen, Fluggastrechteverfahren oder Schadensersatzforderungen in Kapitalanlageverfahren schlagen bei Gerichten massenweise auf. Immer wieder fast oder vollumfänglich gleiche Sachverhalte, immer wieder im Prinzip dieselben Ansprüche. Wenn die Parteien Legal Tech nutzen oder schlicht im Spezialgebiet besonders profilierte Kanzleien am Werk sind, sind es auch die immer gleichen Schriftsätze. Und wenn es komplexe Rechtsfragen gibt, die einer höchstrichterlichen Klärung bedürfen, dauert das oft einfach lange. Man denke zum Beispiel an die Frage, was eigentlich passiert, wenn ein vom Dieselskandal betroffenes Kfz während des Prozesses verkauft worden ist. Im Prinzip kann der Käufer vom Verkäufer Rückabwicklung des Kaufvertrages verlangen. Also Erstattung des Kaufpreises, aber Zug um Zug gegen Rückgabe des Kfz. Das hat er ja aber noch nicht mehr. Da sagte nun das OEG Schleswig, Schadensersatz gibt es erst einmal nicht beziehungsweise nur dann, wenn der Käufer beweisen kann, dass er beim Weiterverkauf wegen der Betroffenheit vom Dieselskandal einen Mindererlös erzielt hat. Das OEG Oldenburg meinte, Schadensersatz in Form von ursprünglich gezahltem Kaufpreis minus später erzieltem Wiederverkaufserlös gäbe es schon. Das ist doch kaum vermittelbar. Selbe Konstellation 280 Kilometer weiter, völlig unterschiedliche Rechtsprechung, und das bei gleicher Gesetzeslage. Irgendwann hat der BGH dann entschieden, aber wenn sich die Parteien doch noch geeinigt hätten oder das Verfahren aus anderen Gründen ohne Urteilsspruch abgeschlossen worden wäre, wäre die Rechtsfrage wieder nicht geklärt gewesen. Es ist klar, dass hier Handlungsbedarf besteht. Aber, liebe Kollegen von der Union, wenn Sie die Bundesregierung nun auffordern, Instrumente zu prüfen, wie für Massenverfahren relevante Rechtsfragen in Zukunft schneller höchstrichterlich geklärt werden können, spielen Sie mit der Koalition und der Bundesregierung nicht mehr als Hase und Igel. Sie der Hase, wir der Igel. Sie kennen die Geschichte. Der Igel ist immer zuerst am Ziel, und der Hase steht ziemlich blöd da. Liebe Kolleginnen und Kollegen, natürlich hat eine solche Prüfung im Justizministerium bereits stattgefunden. Und auch wir diskutieren das Thema innerhalb der Koalition intensiv. Vorab Entscheidungsverfahren klingt ja gut, liebe Union, aber wie verhindern wir, dass der BGH dann arbeitsunfähig wird? Wenn Massenverfahren nun massenweise dem BGH zugeleitet werden, ist doch niemandem gedient. Da verschiebt man doch nur Probleme. Besser ist es, wenn wir erst einmal der Idee der Leitentscheidung näher treten. Der BGH kann ein Revisionsverfahren zu Leitentscheidungsverfahren bestimmen, wenn die Entscheidung für eine Vielzahl von weiteren Verfahren von Bedeutung ist. Die weiteren Verfahren mit gleicher Problematik können ausgesetzt werden, bis der BGH entschieden hat. Und auch wenn das Revisionsverfahren von den Parteien nicht fortgeführt wird, kann der BGH in einer Leitentscheidung zur maßgeblichen Rechtsfrage ausführen. Das lässt Gerichte effektiver arbeiten und stellt frühere und breitere Einheitlichkeit der Rechtsprechung sicher. Das stärkt Vertrauen in den Rechtsstaat. Denn das sollten Sie sich, werte Unionsfraktionen, wenn ich Ihren Antrag so lese, deutlich vor Augen führen. Effektiv arbeitende Gerichte brauchen wir nicht um ihrer selbst willen. Nur ein Rechtsstaat, dem die Menschen vertrauen, ist ein starker Rechtsstaat. Das erfordert auch, dass Prozesse transparent geführt werden und für die Parteien zu nachvollziehbaren Ergebnissen gelangen. Da, liebe Union, sind viele Vorschläge aus Ihrem vorgelegten Antrag absolut kontraproduktiv. Beweisaufnahmen aus anderen Fällen beiziehen über die bestehende Möglichkeit des Paragrafen 411a ZBO bei Sachverständigutachten hinaus. Entscheidungen im schriftlichen Verfahren, ohne dass die Parteien damit einverstanden sind, nach Gutdünken des Gerichts. Der Unmittelbarkeitsgrundsatz ist Ihnen offenbar genauso wenig wert wie die Dispositionsmaxime. Nicht mit uns. Strukturierter Parteivortrag ist ein extrem schmaler Grat. Die Anwaltschaft, mit einer Maximalseitenzahl für ihren Vortrag gängeln zu wollen, ist auch kein Zukunftsprojekt. Entsprechend sortieren kann KI. Die Chancen müssen wir nutzen. Kurzum, wir haben die besseren Ideen zum Umgang mit zivilgerichtlichen Massenverfahren. Vielen Dank. Für die CDU-CSU-Fraktion hat das Wort Dr. Martin Plum. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich weiß genau, wie es sich anfühlt, wenn das eigene Gericht mit mehreren hundert Klagen geflutet wird. Ich weiß genau, wie es sich anfühlt, wenn die eigene Kammer absäuft, weil sie ihr Bestand binnen weniger Wochen verdoppelt. Ich habe all das als Richter selbst erlebt. Wie es mir gegangen ist, ergeht es immer mehr Richtern. Dieselskandal, Fluggastrechte, Cum-Ex, Wirecard, Air Berlin, die Liste der Massenverfahren wird immer länger. Und die Hilferufe aus unserer Justiz werden immer lauter. Bereits im Oktober 2021 schrieben Richter vom Landgericht Augsburg einen dramatischen Brandbrief. Die Klageindustrie und deren Verfahrensflut mache aus ihrem Gericht einen reinen Durchlauferhitzer und aus ihnen selbst Urteilsroboter. Permanente Überstunden und sieben Tagewochen zermürbten. Der Kipppunkt sei längst erreicht. Doch dieser Hilferuf ist wie so viele verheilt. Ja, die Bundesländer haben die Dramatik der Lage längst erkannt. Seit anderthalb Jahren fordern sie das Bundesjustizministerium unermüdlich zum Handeln auf. Und ich bin auch Ihnen, Herr Staatsminister Poseck, sehr dankbar für den Einsatz, den Sie hier zeigen. Aber nein, im Bundesjustizministerium ist seitdem nichts, aber auch gar nichts passiert, wie so oft und wie allzu oft in dieser Ampelkoalition. Und deshalb ist es wichtig, dass wir heute auf Antrag der CDU-CSU-Fraktion über eines der drängendsten Probleme der deutschen Ziviljustiz beraten. Und Herr Kollege Brandner, der Antrag ist nicht annähernd so flach wie die Rede, die Sie heute hier gehalten haben. Und die Vorschläge für die Lösung dieses Problems, die liegen ja auch auf dem Tisch. Es ist vielfach angesprochen worden, der Deutsche Richterbund hat bereits im Mai 2022 Vorschläge auf den Tisch gelegt. Doch bei Ihnen sind Sie scheinbar unter dem Tisch in der Ablage P gelandet. Denn zustande gebracht haben Sie seitdem nichts. Und deshalb ist es wichtig, dass wir das heute diskutieren. Denn es liegt an uns als Gesetzgeber, endlich mutige, endlich kluge Entscheidungen zu treffen, wie Massenverfahren besser bewältigt werden können. Das sind wir unseren Gerichten, das sind wir unseren Rechtern, das sind wir vor allem unserem Rechtsstaat schuldig. Und drei Punkte sind dabei auch aus meiner ganz persönlichen Erfahrung als Richter zentral. Erstens. Massenverfahren müssen schneller durch die Gerichtsinstanzen. Heute werden Hunderte oder gar Tausende Verfahren oft über mehrere Jahre von der ersten in die zweite und in die dritte Instanz geschleust, bis sie abschließend entschieden werden. Diese Zeit müssen wir verkürzen. Wir müssen Massenverfahren frühzeitig aus der ersten Instanz heraus in die dritte Instanz bringen und dort klären lassen, und zwar auch, wenn sie kurz vor dem Termin wegverglichen werden. Zweitens. Massenverfahren dürfen nicht ganze Gerichtsinstanzen lahmlegen. Hunderte oder Tausende Verfahren müssen heute erst in der ersten, dann in der zweiten und schließlich in der dritten Instanz bearbeitet, verhandelt und entschieden werden. Die Akten werden immer dicker, ohne neue Erkenntnisse zu gewinnen. Diese Verfahrensflut müssen wir stoppen. Wir müssen der ersten und der zweiten Instanz ermöglichen, parallele Massenverfahren bis zur abschließenden Klärung durch die dritte Instanz auszusetzen. Frau Kollegin Helling-Plahr, das ist heute nicht möglich. Und drittens. Massenverfahren dürfen Gerichtsinstanzen nicht zu reinen Einnahmequellen machen. Hunderte oder gar tausende Verfahren werden heute oft von denselben Anwälten vor die Gerichte gebracht. Die Klageschriften werden binnen Minuten nach dem Prinzip Copy and Paste aus vorgefertigten seitenlangen Textbausteinen ohne Bezug zum Einzelfall erstellt. Und für Hunderte solcher Massenklagen erhält der Anwalt am Ende trotz des viel geringeren Aufwands dasselbe Geld wie für Hunderte ganz verschiedene Klagen. Das kann nicht richtig sein. Das ist nicht richtig. Und deshalb müssen wir diese Gebührenschinderei endlich beenden. Und dass ausgerechnet, Frau Kollegin Bünger, die Linke hier sich hinter diese Klageindustrie stellt, das spricht Bände. Liebe Kolleginnen und Kollegen, zur Wahrheit gehört aber auch eines. Zur besseren Bewältigung von Massenverfahren braucht es eins. Mehr Personal. Und deshalb war es gut, dass die unionsgeführte Bundesregierung in der vergangenen Legislaturperiode den Pakt für den Rechtsstaat geschlossen hat. Deswegen war es gut, dass die Ampelkoalition in ihrem Koalitionsvertrag versprochen hat, diesen Pakt zu verstetigen. Deswegen war es gut, dass die Kollegen Cara Achmed, Toglu und Steffen sich heute ausdrücklich dazu bekannt haben. Und deswegen ist es umso unverständlicher, warum das nicht der Bundesjustizminister, warum das nicht das Bundesjustizministerium und die FDP tun. Und heute wäre auch ein guter Zeitpunkt, eigene Vorschläge vorzulegen. Das haben Sie wieder nicht getan. Nehmen Sie die Hilferufe aus der Justiz endlich ernst. Legen Sie endlich eigene Vorschläge vor. Das sind auch Sie, unseren Gerichten, unseren Richtern und unserem Rechtsstaatsschuldig. Und die letzte Rednerin in der Debatte ist für die SPD-Fraktion Luisa Lecina Bude. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Die Massenverfahren, die in den letzten Jahren zugenommen haben und deutsche Gerichte belasten, sind ein bekanntes Problem. Und der Skandal, der Dieselskandal eben zum Symbol auch für diese Massenklagen geworden. In der jüngeren Vergangenheit haben wir nun die Klagen gegen Banken, Versicherungen und Fluggesellschaften. Alles in allem kann man nicht sagen, dass da in den letzten Jahren nichts passiert wäre oder dass da niemand daran arbeiten würde. Seit 2021 tagt ja die Bund-Länder-Gruppe zu dem Thema. Und die Justizministerinnen der Länder haben sich entsprechend auch mit dem Problem befasst. Und das BMJ arbeitet ja auch an einem Gesetzentwurf zurzeit. Soweit Sie fordern, dass wir in Ihrem Antrag fordern, den Instanzenzug auf eine Tatsacheninstanz zu beschränken und damit die Möglichkeit zu verbauen, Berufung einzulegen, dann beschneidet dies Rechtssuchende unverhältnismäßig in Ihrem Rechtsschutzmöglichkeiten. Ihre weitere Forderung der Anwaltschaft, Strukturvorgaben beim Parteivortrag aufzuerlegen, kann ich auch nicht teilen. Da haben Sie sicherlich auch schon mitbekommen, dass der Deutsche Anwaltsverein massiv Kritik geübt. Und als ehemalige Rechtsanwältin gefällt mir das ganz ehrlich auch nicht. Ich möchte selber entscheiden können für meine Mandantschaft, wann, wie und was ich vortrage. Ihr Antrag ist auch deshalb abzulehnen, weil es nicht nachvollziehbar ist, dass es auch so ein Punkt, aus welchen Gründen die Anwaltschaft und auch die Mandantschaft es hinnehmen sollte, dass in Massenverfahren ohne deren Zustimmung im schriftlichen Verfahren entschieden werden soll. Es gibt ja die Möglichkeit, wenn beide zustimmen, dass im schriftlichen Verfahren entschieden werden soll, aber das dann jetzt zur Regelmäßigkeit zu machen, dass die Zustimmung automatisch erteilt wird, das greift zu sehr in Parteienrechte ein, und das hilft auch bei Massenklagen gar nicht weiter. Das Problem, was wir tatsächlich haben, ist, dass wir jetzt im Rahmen der Umsetzung der EU-Verbandsklagerichtlinie dafür Sorge tragen müssen und auch können, dass wir diese auch effektiv ausgestalten. Da freue ich mich jetzt schon auf die breite Zustimmung aus der Union zu dem Gesetzentwurf, weil Sie sind da ja jetzt ganz stark unterwegs. In dem Punkt freue ich mich, wenn Sie zustimmen, dass wir nämlich auch, was die Hemmung der Verjährung angeht, die dann zu regeln ist, dass wir dann eben diese für alle betroffenen VerbraucherInnen aussetzen und nicht nur für die, die sich zu Beginn der eingereichten Klage im Register haben einklagen lassen. Weil da werden wir nämlich die Justiz entlasten, weil wenn das Kollektivverfahren dann am Ende entschieden ist, kann der Rest der betroffenen und geschädigten VerbraucherInnen entscheiden, ob sie sich noch in dem Register anmelden oder auch nicht. Mit der Verbandsklage werden wir zudem in die Situation geraten, dass die Anwaltschaft ein großes Stück vom Kuchen auch abgeben muss, weil eben die Verbände zahlreiche Klagen an sich reißen werden. Und deshalb bin ich stark irritiert, über Ihren Antrag jetzt auch noch an den Rechtsanwaltsgebühren zu kürzen, weil die Anwaltschaft wird ja da dann auch schon abgeben müssen. Und wenn Sie jetzt noch Gebühren kürzen, dann werden Sie da auch in doppelter Weise benachteiligt werden. Und dass das dem Deutschen Anwaltsverein nicht gefällt, das versteht sich eigentlich von selbst. Dass wir am Ende Parteienrechte auch noch mal konzentrieren, also dass wir Beweisaufnahmen und Sachverständigengutachten im Rahmen der Umsetzung der EU-Verbandsklagen Richtlinie so gestalten müssen, dass wir diese natürlich dann auch in anderen Verfahren vielleicht noch mal verwenden können, ohne dass wir immer wieder erneut ein Sachverständigengutachten einholen lassen müssen, obwohl es sich um den gleichen Sachverhalt hat. Das ist natürlich zielführend, und das gehe ich davon aus, dass das auch mitgedacht werden wird. Ich bin aber abschließend absolut kein Fan von einer One-Size-Fit-All-Entscheidung des BGH, wie sie so schön heißt, weil die nämlich Rechtsanwältinnen die Möglichkeit nimmt, Details des Einzelfalls auch tatsächlich herauszuarbeiten. Und ich gehe aber auch dennoch davon aus, selbst wenn wir so ein Vorabentscheidungsverfahren hätten, die klugen Anwältinnen und Anwälte, die wir in diesem Land haben, die werden Besonderheiten herausarbeiten, sodass dann diese Vorabentscheidung, die sie dann gerne hätten, oft da in diesen Fällen gar nicht mehr anwendbar ist, und dass es dann doch wieder in die Tatsacheninstanzen reingeht. Ich komme zum Schluss. Ihr Antrag überzeugt in vielen Punkten überhaupt nicht. Und wir werden mit den anstehenden Gesetzesvorhaben natürlich auch dafür Sorge tragen, dass die Justiz insbesondere in diesem Punkt dann entlastet wird. Das war es dann. Vielen Dank. Dann schließe ich die Aussprache. Interfraktionell wird die Überweisung der Vorlage auf Drucksache 19 5560 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es Ihrerseits weitere Überweisungsvorschläge? Das sehe ich nicht. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Ich rufe nun...